Hallo SchattenTV, wir sind in Bottrop im Cage Club und bei mir sind X-Ties. Hallo zusammen. Hi. Ihr spielt heute Abend als Headliner auf diesem Newcomer-Festival. Richtig. Wart gestern auch im Leo-Store. Was war im Leo-Store gestern? Da hat man eine Autogrammstunde gegeben. Das war eigentlich sehr cool. Viele Leute, gute Stimmung. Das ist ja von Tower of London. So, ihr seid also zwei Franzosen und ein Deutscher. Genau. Zwei Deutscher. Wir sind noch nicht komplett. Wir haben noch unseren vierten Mann, der ist leider im Krankenhaus gerade. Hallo Dave. Hallo Dave. Was habt ihr mit ihm gemacht? Wir haben zu hart gefeiert mit ihm. Ja, da gab es einen Unfall und wir quatschen, er hat eine kleine OP und ist alles wieder okay. Und zum nächsten Auftritt sind wir wieder zu Fürth und voller Besetzung. Wie kommt diese Konstellation zustande? Wie habt ihr euch kennengelernt? Ja, durch Party machen in Deutschland. Die Franzosen sind nach Deutschland gekommen, um bei uns Party zu machen. Und da haben wir uns alle kennengelernt und ja, zack, war die Band da. Und 2009 hattet ihr ja wirklich jetzt einen guten Lauf. 2010 stehen ja einige Festivals auch an bei euch. Genau. Das ist ja so für Newcomer eigentlich eher ungewöhnlich, dass man dann wirklich auch die großen Festivals schon spielt. Stimmt. Habt ihr ein gutes Management oder mit wem habt ihr geschlafen? Ähm, also er hat eigentlich mit allen geschlafen. Ich hab gar nichts gemacht. Aber nee, wir machen selber unseren Booking und ja, also keine Ahnung, warum es dazu gekommen sind. Also wir spielen auf dem Amphi, WGC und Heaven Health Festival in Paris. Und ja, das ist schon mal ein guter Anfang. Und ihr macht klassischen Rock, wie man sieht? Ja, äh, doch, wir haben es ein bisschen. Also Hardcore, Black Heavy, Grandcore, Metal. Ja, genau. Mit ein bisschen elektronischer Einfluss. Genau. Aber nur ein bisschen. Aber erzeugen-Modemäßig, ja. Was heißt Ekstase? Was heißt das was? Das heißt Ekstase. Ja, eine Mischung zwischen Ekstase und Ekstase. Du hast das gesagt. Ich hab nichts gesagt. Ähm, nee, das heißt nichts. Aber deswegen ist es cool. Hopf ich. Denk ich. Hopf's. Ja, dann bedanke ich mich bei euch. Wünsche euch weiterhin so einen tollen Lauf, wie ihr ihn gerade habt. Und mal schauen, wo wir euch noch so überall sehen. Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 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 2. 2. 2. 3. 3. 8. 9. 10. 10. 11. Oh ja, Wurken, Ferry. Hi! Ich mag Schwedisch Lampdance. Und extra und ein Dramat. Hey, Mann, fuck her! Ich brauch kein Lampdance, ich hab Ersatz gemacht. Meine Freunde, die mich töten! Mit einem Mann ist es okay. Ich glaub, das sind die Leute, die ich passiert. Ich bin alle meine Freunde hier. Oh yeah, Baby! Oh Frideric! DJ Barris, tschau! Okay, wir fahren zurück nach Mannheim ohne DJ Barris. DJ Barris, bleib in Bottrop.